Ich glaube, dass viele Leute gar nicht so genau Bescheid wissen über eine Suchterkrankung, dass das eben nicht irgendwie eine Charakterschwäche ist oder ein moralisches Defizit, sondern dass das wirklich eine chronische Erkrankung ist, die eine entsprechende chronische Betreuung auch braucht. Das Angebot von ARUT zeichnet sich aus, dass möglichst viele unter einem Dach kapotten wird, sprich, dass man ARUT zum Psychiater, zu der Hausärztin, zu der Infektiologin und auch zu der Sozialarbeiterin und die alle zusammen in einem Team arbeiten und so hat man eine umfassende Versorgung bei uns. Es gibt Abhängigkeiten, die nicht problematisch sind. Es gibt Menschen, die abhängig sind von einer Substanz und ihr Leben perfekt einrichten und gut leben können. Das sehen wir im Bereich der Opioidagonistentherapie. Also in dem Sinne ist für uns die Frage, wo kommt der Substanzgebrauch in Konflikt mit dem Ziel, das ein Mensch in seiner Lebensführung hat. Also der ARUT ist wichtig, dass du gesund bist. Und das Schöne finde ich auch, dass sie die Leute nicht zwingen, zum abstinent zu sein, sondern den Entscheid einem Patienten überlassen. Also die Stärke der ARUT ist ein Angebot, das wirklich massgeschneidert wird auf den einzelnen Menschen, der bei uns in Behandlung kommt. Dass wir den Menschen dort abholen, wo er ist, dass wir ihn nicht überfordern und dass wir quasi, mit dem Fachwissen, den wir haben, aus den verschiedenen Berufsgruppen, die da arbeiten, für ihn können Behandlung bereitstellen, die alles abdeckt, was er braucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017